Hallo, mein Name ist Sascha Markert, ich bin 35 Jahre alt, verheiratet, einsohn, bin in der freiwilligen Feuerwehr Großhammerode, Rommerode und bin dort Maschinist. Seit wann bist du denn Maschinist? Maschinist bin ich seit 2018. Und welche Aufgaben hast du? Ich muss die Gruppe mit dem Löschgruppenfahrzeug sicher und schnell an die Einsatzstelle bringen und dort am Einsatzort angekommen, bin ich dafür zuständig, die Feuerlöschkreiselpumpe zu bedienen und helfe bei der Entnahme der Geräte und mache im gegebenen Fall auch die Atemschutzüberwachung. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Die Voraussetzung, die man hierfür haben muss, ist natürlich auch wieder der Grundlehrgang, dann der Maschinistenlehrgang und man sollte halt auch den Sprechfunk haben. Was macht dir am meisten Spaß als Maschinist? Das meisten Spaß macht man natürlich mit dem LF darum zu fahren und natürlich die Feuerlöschpumpe zu bedienen. Und das Schönste dabei ist halt einfach, dass man den Spaß damit verbindet, dass man Leuten sogar hilft und die Leute im besten Fall rettet. Super, Dankeschön. Bitte.